Urban Protection Shield, die transparente Lärmschutzfassade. Anwohner im urbanen Raum sind immer häufiger störenden und gesundheitsschädlichen Lärmquellen ausgesetzt. Zusammen mit der Firma Kohlhauer hat Hering ein aufeinander abgestimmtes Komplettsystem für den Lärmschutz im urbanen Raum entwickelt. Mit der transparenten Lärmschutzfassade Urban Protection Shield, kurz UPS, können ganze Innenhöfe schalltechnisch isoliert werden. UPS Urban Protection Shield www.youtube.com